Das ist mein zweiter Besuch. Ich war schon einmal hier vor circa neun Jahren und damals habe ich mich informiert, fand die Klinik auch ganz toll. Leider hat meine finanzielle Situation das damals noch nicht hergegeben. Vielleicht hätte ich aber auch auf einiges verzichten sollen, weil es ist doch sehr, sehr wichtig für einen selbst auch, dass man vernünftig lachen kann. Also ich habe viele Zähne verloren als Kind und habe das immer nicht ersetzt. Das ist so weit gegangen, dass sich dann meine Gesichtsmuskulatur verschoben hat. Das heißt, wenn ich gelacht habe, war eine Mundseite oben, die andere unten. Und jetzt muss ich erst wieder lernen zu kauen. Aber ich bin jetzt schon sehr zufrieden. Ich muss noch einmal kommen, dass dann alles perfekt ist. Und ich glaube, dann hat sich das auch gelohnt. Birth 0,5,6,6,5,6,6.. Daher. Das war es braucht für uns, wenn ich michanna nie decirte. Das ist gut, dass ich mir nicht so alles gut aufsaueite bin. Hier ist schon ein bisschen verstanden, tables stärker wieder beim Verkaufsamesst harder, Aber mismo vielleicht liegt es for uns, eher gut und es ein bisschen generosif returns, dass sich dasro девrigionen reing School的話 nach vorne fiber wieder zurück. plyju в epidemic. Wir müssen schon überhился Abs baba. Die andere Klinik von vorne verflogen. Vielen Dank.